Hinten blimmt doch was. Ne, das ist ne Falle. Oh, die Blitze. Ich find das so geil, dass man die Blitze hier sieht. Also, haben sie halt gut designt. Und das zu damaligen Zeit denn schon. Ja, Mund hier trocken. Die Falle ist was heftiger. Okay. Ne, ne, da kann man ja hier in der Mitte am Baum durch. Das weiß ich. Aber ich kann hier nichts drücken. Nichts. Kann ich vielleicht hier drauf klettern? Das muss doch gehen. Hey, hey, hey. Ui, 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 ui. Was bist du denn für einen? Der ist ja ganz schön... Der ist... Genau. Seid ihr blöd? Heilige. Und der hat so rot geleuchtet. Was war denn mit dem? Weil er in die Falle gerannt ist, oder? Schießt auf mich, wird von Schweinen verfolgt. Was ist... Ist doch nett. Ja. Ich will dich trotzdem looten jetzt. Granate hast du mir gebracht. Und Energydrink. Danke. War das dein Bagger? Ja, wie hab ich das? Ich wollte jetzt eigentlich versuchen, hier drauf zu... Ne, geht nicht. Hier dran zu... So, ich dachte... Er schöpft, um zu gehen. Mitten hier, ja, ja. Kann man hier nichts drücken? Gar nichts. Geht nicht. Geht, geht nicht. Sehr gut. Ne, ja, gut, dann geht's halt nicht. Muss ich das mal googeln. Weil das interessiert mich schon, ob man da rankommt. Weil jetzt wird mir doch angezeigt. Auf der Karte. Habt ihr auch gesehen. War ich doch auch nur falsch geguckt. Wer weiß. Ach komm, mit der Stamina. Immer nachts bei Regen krieche ich hier durch die Gegend. Aber wir sind gegen Strahlung geschützt. Ter. Ne, ne, wir gehen weiter aufs... Wir gehen weiter aufs Ziel zu. Luke. Ja, Gante Beero. Weiter aufs Ziel zu. Quatsch. Uah. Den Rücken einmal strecken, weil... Eieiei. Okay. Holy. Holy. Hier ist was los. Ich höre... Ich vernehme euch. Schon wieder so ein großer Schlabbermann. Hat mich blutig gerissen. Dann nehmen wir mal so ein Soldatenpäckchen. Noch einer. Ach ja, es ist so ein Mülbenschwein. Ist auch ungeschickt mit Licht hier rumzurennen. Aber ich will ja auch was sehen. Da, habt ihr das Gewitter gesehen? Blitze gesehen. Da wieder, halt wieder. Richtig gut. Da fällt mir gerade ein, die Slow Mo Guys hatten mal so ein geiles Video gemacht. Von einem Blitz in Zeitlupe aufgenommen. Total crazy. Man Blitz in Zeitlupe sehen ist krass. Müsst du mal googeln. Slow Mo Guys. Also wie Slow Motion. Slow Mo. Und dann, äh... Auf Englisch. Also das Blitz auf Englisch. Thunder. Ne, Thunder ist das Donnergräume. Na, Flash. Allermann herhört. Hier spricht der Wächter Außenposten von der Müllhalde. Eine Horde Mutanten ist aus dem dunklen Tal in Richtung Bar unterwegs. Wer uns hilft, den Abschaum zurückzuschlagen, werdet ihr nicht bereuen. Für die Ehre der Wächter. Na klar, helfe ich euch. Für die Ehre der Wächter. Lager vernichten, fehlungschlagen. Alles fehl. Ich hab noch nicht mal was angenommen. Kann ich so nicht annehmen. Da sind sie. Oh, hier, 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 hier. Hier geht schon geballerlos. Ja, ich bin ja schon da. Ich hab nur kein Stamina gerade. Was? Beleidig, stell mich einmal komplett durch. Ich wollte doch grad helfen. Und ihr kam doch ganz gut alleine, klar. Ich bin doch grad hier um die Ecke rum und... Rede ich mich grad raus? Sie ist halt... Naja, ihr habt ja recht. Na dann. A теперь musikale Pause. Ja, ja, okay, komm. Kann ich einen Schluck trinken? Das Stück kenn ich aber schon. Glaub ich. Singst du auch? Ja. Ach so, ne, ja, stimmt. Hier war ich schon. Verschwinde, Stalker. Wir lassen nicht jeden Verlierer durch. Verschwinde, Stalker. Wir lassen nicht jeden Verlierer durch. Ich muss aber durch. Ich muss zum Wirt. Grüß den Wirt. Ach so, warte mal. Ja, der Wirt hat mir von dir erzählt. Kannst durch. Alles klar. Ja, dachte ich mir doch. Erzählt ihr mir das? Na, verschwind. Ah. Kannst du auch? Okay, dabei, dabei. Geh weiter. Okay, bis dann. Tschüss. Ja, wir kommen zum Wirt. Endlich. Zur großen Basis. Was ist das denn? Lustiger Container. Es kommt bestimmt so ein Ladebildchen. Nach der Falle, die mitten auf dem Weg ist. Ach, der wird vorbei. Schlingern. Und dann, der Baum hängt aber ganz schön. Der ist aber auffällig tief. Wow. Wow, wow. Wow, wow. Wow, wow. Hundis. Ärger. Oh, sind das Freund oder Feind? Wenn das jetzt alles rot wird, raste ich aus. Ne, das sind unsere Jungs. Dann helfe ich euch doch. Bin schon da. Wo sind sie? Euch geht schon gut. Okay. Wie und die Hunde habt ihr jetzt nicht erledigt? Oh ne, wir machen nur jeder ein und dann ist gut. Aber hier ist halt, ich genieße gerade das so ein bisschen ruhiger. Ich bin auch froh, dass der Regen nicht scheppert. Obwohl er hier, es nieselt nur, ne? Man rauscht es ja nicht. Es klappert die Mühle an. Rauschen, den Regen, warum machen die denn sowas hier wieder? Du siehst ja furchtbar aus. Oh Gott, jetzt kommen die Freunde. Da kommt was Geflogenes und da kommen ja schon viele. Ach du Scheiße. Habe ich überhaupt abgespeichert? Was war das denn für ein Fliegender? Und da sage ich noch auch, ich bin gerade froh, dass das so gemächlich ist. Ja, Scheiße ist halt, knabbern die einen weg. Der frisst mich. Ja gut, wollen auch looten, ne? Klar. Die Wurst in der Tasche. Äh. F9 ist der Trick. So. Scheiße. Kam da wie so ein Tierflieger. Blank geröllert. Wo sind wir denn jetzt hier? Ach, hier haben wir abgespeichert. Na, ist ja wunderbar. Gehen wir halt hier den Weg nochmal lang. Dann kriegen wir den Auftrag vielleicht nochmal neu. Wir werden sehen. Und wie konnte ich denn, ach ja, gehen, damit wir kein Stamina verlieren? Soll ich das schon wieder gesagt haben? Und diese Katze, ne? Dann ist er hin und her gerissen. Ich bin jetzt ein bisschen getrieben, weil die Ecke kenne ich schon, aber man darf nicht rennen, weil Stamina. Und Stamina lädt sich auch nicht auf, wenn du gehst. Selbst dann verliere ich jetzt gerade. Seht ihr unten den Balken? Oh. Ja, aber so ist das Spiel. Das ist ein langsames Spiel. Also, außer im Kampf, aber... Was beschwere ich mich? Nee, eigentlich, ganz ehrlich, ist es im Hintergrund. Da gucken jetzt gerade Leute zu. Ja, da muss man was bieten. Aber das ist ja... Man bietet ja was. Die Atmosphäre. Die wunderbare Atmosphäre hier. Allemann, Herr, hier spricht der Wächter aus dem Posten von der Müllhalde. Eine Orte Mutanten ist aus dem dunklen Tal in Richtung Barus unterwegs. Ich bin ja schon da. Diesmal helfe ich. Wenn mir das Stamina nicht vorher ausgeht. Ich renne jetzt deswegen auch nicht. Ja, kommt, kommt, kommt. Ich bin ja schon da. Kein Gedonder. Guck, da kommt es angerannt. Diesmal will ich eine Belohnung. Du bist ein Idiot, Gezeichneter. Absolut wertlos. Erwarte keine Dankbarkeit. Dazu hast du kein Kurs geliefert. Ach, die beleidigen einen auf jeden Fall durch, weil sie eigentlich leiden können, ne? Ja, ist ja okay, ich hab schon verstanden. Verschwinde, Stalker. Wir lassen nicht jeden Verlierer durch. Ja, 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 angeblich. Ich muss zum Wirt, mich durch. Kannst du mir was noch erzählen? Der letzte Tag ist ein ganzer Ruggel von Tieren aus dem dunklen Tal gekommen. Ach ja, hätte ich mal drauf hören sollen. Keiner weiß, was sie raustreibt, aber sie drängen richtig. Als ob es brennen würde. Uh, und im Osten vermehren sich die Mutanten wie die Fliegen, hab ich gemerkt. Wir können nichts tun, außer sie immer wieder wegzupusten. So ist das. Ja, so ist das. Da. Ja, schäkibreki. Ich will trotzdem gucken, was hier nimmt. Hier wohnt keiner. Okay, hätte ja sein können. Und dann gleich dran denken, abspeichern. Jetzt so zwischendurch mal. Und gleich, wenn wir da sind. Falls da wieder die Hundis kommen. Was ist das? Ach so. Ach. Ich dachte gerade so mit Bindfaden einfach mal hier so den Pöller dran gemacht. Aber macht man das so? Das sieht aber nicht sehr professionell aus. Hält sowas? Das hält aber nicht lange. Für eine Stromleitung finde ich das ein bisschen unsicher. Was sagt der Fachmann? Was ist mit dem Baum? Ja gut, das finde ich eigentlich cool, dass man... Ne, der steht hier mitten auf dem... Der ist hier einfach falsch gesetzt. Der ist wohl auch realistisch. Wow. Aber ganz schön was geschafft heute schon. Schön. Ja, da kommen sie schon. Abspeichern. Immer abspeichern. Für anderthalb Minuten abspeichern. Speichern, speichern, speichern. Bolzen werfen, abspeichern. Was liegt denn hier? Kaputter Spiegel. Und die Jungs fragen. Vielleicht kommen die ein paar Meter mit. Oh, der ist schon tot. Ja, natürlich nimmt das mit. Guck mal, ich hätte ja zu denen zurückrennen können. Und wir machen die Hunde gemeinsam. Ja, guck mal, die sind jetzt... Ja, guck mal, habt ihr die Hunde schon am Bein? Ja, die sind ja gefährlich. Der kippt gar nicht um. Was ist das für ein Viech? Wir sind nur neutral. Immerhin. Guckt aber ganz schön sauer. Ist eine Mischung aus Katze und... Weiß nicht. Okay, aber danke für die Hilfe. Scheiße, die haben einfach uns weggerupft. Von uns. Ich kenne euch ja nicht mal. Aber dafür krieg ich zwei Granaten. Das ist okay. Kann ich mit leben. Da bin ich direkt überladen. Ja, du lootest zu viel. Okay, verteidige mich. Ich musste mal die Taschen kurz... Ach komm, scheiß auf die Schroten. So lange wir die Kampfschrotflinte nicht kriegen. Und die Leute haben ja dann in der Regel auch Munition dabei. Ne, ich speichere nochmal, sicherheitshalber. Da hinten ist ja... Guck mal. Ihr regelt das schon. Ist ja nicht mein Problem. So. Da richtig legt die Waffe ja schon weg. Ist gut. Achso. Mhm. Die Leiter ist ja... Wer baut denn solche Leiter hier? Guckt euch das an. Ne. Ne, sollst du auch nicht hochkommen. Und auch keine dran, die man so runterziehen könnte. Sondern einfach nur... Damit es gut aussieht. Mach mal hier fürs Design. Mach mal locker mal ein bisschen. Mach mal schöne Leiter dran. Damit schön ist. Schön. Oh. Da stolpert man dann so drüber. Und ein paar Tote verscharrert. Macht man heute so. Macht man immer noch. Ist Mode. Zu essen, zu trinken. 500 Grad. Moin. Speichern, reden, gucken. Wo geht's denn hier rein? Einfach durch, ne? Hat er ja gesagt. Irgendwie immer weiter Norden durch. Und dann gucken wir mal trotzdem auf der Karte. Weil, wo da sind sie? Wo sind wir denn? Da sind wir. Und da sollen wir hin. Das sind wir, ne? Blau sind wir. Wir sind blau. Und dann hier jetzt... Wie kommen wir denn da hin? Hier jetzt lang? Geht's hier durch? Schon wieder hier so angebunden. Obwohl mit Metallstreben. Dass das hält. Gut. Ja gut, damit der Holzbalken nicht fall... Oh, Moment. Das ist ja eigentlich... Beton an Holzbalken? Das ist doch falsch rum. Also ich kann verstehen, wenn man Betonbalken in die Erde rammt, damit der Holzbalken nicht weggammelt. Aber das ist doch... Hier gammelt der und dann haben wir ja hier mit der Betonbalkenfiltern fröhlich um. Da hat sich einer mit der Textur vertan bestimmt. Aber ganz sicher. Da sollte das Holz sein. Und ja, 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 ja. Dann machen wir mal ein Beweisscreenshot. Geht gar nicht. Schade. Aber ich habe ja ein Beweisvideo. Was beschwere ich mich? Hier ist falsch rum. Seht ihr? So ein Scheiß. Wollen wir mal überprüfen. Ne, ne, ne. Die haben sie falsch rum. Das macht doch gar keinen Sinn. Beschwere ich mich schon wieder. Klar. Kann doch nicht alles durchgehen lassen. Einfach so. Man muss doch mal was sagen. Der Mann steht da. Kann wieder keiner lesen. Schicki, pricky. Nervt mir nicht mit deinen Fragen. Geh da mit in die Bar. Da haben sie Antworten und Fragen für dich. Ich habe keine Zeit für den Mist. Kannst du irgendwas Interessantes erzählen? Ich bin nicht wirklich auf dem Laufenden. Ja, dann tschüss. Wobei er war ja noch entspannt. Hör doch, Matsch. Klaus hier. Ich will doch zum... Was willst du? Raus zum Stalker. Raus hier, Stalker. Was willst du? Wetter raus.